Anschliessend kommt die Preisschlagenparade von Morn Ficot. Die neue Excellence Strumpfhose. Attraktiv, elegant, perfekt im Sitz und nur bei Goper hältlich. Und auch das ist neu bei Coop. Kautabletten mit verschiedenen Vitaminen und wichtigen Mineralstoffe, die man zum gesund bleiben braucht. Wer sich den Namen richtig merkt, hat Gewinnchancen. Auch morgen gibt es bei Coop wieder besonders günstige Angebote. Erika Grazilis zum Beispiel kostet nur 3.50 Franken. Also bis morgen im Coop.